In diesem zweiten Schweiz Vlog nehmen wir euch mit nach Zürich und einmal um den Zürichsee herum. Nachdem wir nun beim Rheinfall waren und heute Morgen in Darmstadt gestartet sind, kommen wir nun nach ungefähr fünf Stunden in Zürich an. Die nächsten zwei Tage verbringen wir im 25 Hours Hotel und erkunden von hier aus zum einen die Stadt und zum anderen den Zürichsee. Wir haben uns jetzt diesen Mini hier geliehen und fahren damit jetzt mal los und sind sehr gespannt. Das ist ein Hybrid und es ist mega cool, dass man das vom Hotel aus mieten kann. Das Hotel bietet einen kostenlosen Mini-Verleih an. Je nachdem ob ein Mini da ist, kann man den dann einfach morgens an der Rezeption buchen und kann dann kostenlos durch die Gegend fahren und sich auch mal die Umgebung rund um Zürich anschauen. Das ist richtig schön. Es ist auch eine Tankkarte dabei, das heißt man muss auch keinen Sprit bezahlen. Das Hotel hat außerdem noch den Zusatz, dass man sogar 15% Rabatt bekommt, wenn man mit seinem eigenen Mini anreist. Da wir noch nie mit einem Mini gefahren sind, nutzen wir es natürlich und probieren das Auto mal aus. und das ist perfekt für unsere Rundtour um den Zürichsee. Wir sind gerade am Zürichsee angekommen und fahren hier einmal drum herum mit dem geliehen Mini vom Hotel. Und hier sind ganz schön viele Möwen am Rand, die schreien auch ganz schön laut. Es ist sehr sehr schön hier. Jetzt sind wir bei Rapperswil angekommen und laufen gleich mit dem Zürichsee über eine Brücke. Und wir haben schon ein paar Schwäne entdeckt und die Bergkulisse hier ist wunderschön im Hintergrund. Das zeigen wir euch jetzt mal. So, wir müssen jetzt hier unter der Autobrücke durch und dann geht es auf die Fußgängerbrücke. Dieser Holzsteg hier bei Rapperswil ist 841 Meter lang und ist die längst neuzeitliche Holzbrücke der Schweiz. Wir sind jetzt auf eine Anhöhe gefahren, von der aus man einen wunderschönen Blick über den Zürichsee hat. Und das genießen wir gerade sehr und dann geht es bei uns schon wieder zurück zum Hotel. Zürich prés autopsyilo Everybody Alles k Ilichtär Zürich So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tagsüber. Bis zum nächsten Mal. Jetzt zu Corona-Zeiten ist das Restaurant Nini hier unten im Hotel nur für Hotelgäste offen, aber es ist wunderschön und wir freuen uns mal wieder essen gehen zu können. Das Frühstück hier im Hotel fällt zwar jetzt auch wegen Corona ein bisschen kleiner aus als gewohnt, aber es ist richtig gut das Frühstück. Und uns gefällt auch das Hykienekonzept gut, man darf nur mit Handschuhen zum Buffet und natürlich mit Mundschutz und wir fühlen uns auf jeden Fall rundum gut versorgt. Wir landen jetzt durch Zürich und da konnten wir ein bisschen in die Stadt und nehmen euch jetzt mal mit. Wir wissen selbst noch nicht so genau, was es angeht und landen und müssen einfach durch die Stadt treiben, fangen mit der Eistufung an und ich nehme euch mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier oberhalb von Zürich auf einem schönen Platz mit toller Aussicht über die Altstadt. Das können wir auf jeden Fall empfehlen, hier auch mal hoch zu gehen. Es lohnt sich wirklich, man sieht alles und wir zeigen euch einen kleinen, ein paar Impressionen jetzt mal. Wir laufen jetzt runter zum Ufer und in Zürich gibt es 1500 oder 1700 Trinkwasser abgrunden. Das sind richtig, das sind richtig, richtig viele. Das Wasser hier ist sehr, sehr gut, das kann man sich dann auch in so einer Trinkflasche füllen und das wird mir sehr beeindruckend. Und hier hinter mir seht ihr schon ganz viele schöne, enge Gästchen in der Altstadt und ganz viele Geschäfte. Bis zum nächsten Mal. 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 zu beobachten. Und wir haben halt richtig Glück heute mit dem Wetter. Es ist sehr, sehr schön. Unser Fazit zu Zürich. Der Tag in Zürich hat uns echt gut gefallen. Wir hatten auch tolles Wetter. Aber die Stadt selbst ist für uns jetzt keine Highlight-Stadt, wo wir sagen würden, die muss man gesehen haben. Es war wunderschön, um den Zürich See zu fahren. Allerdings hat die Schweiz sehr viele schöne Seen. Insofern, wenn man hier vorbeikommt, kann man auf jeden Fall mal durch die Altstadt schlendern. Es ist aber kein Must-Zieb aus unserer Sicht. Bis zum nächsten Mal.